aber ich habe was ich habe die verklebt ich habe hier vier sind hier sind hier sind unter unterirdischer honig so wir machen mal spitzer gewerein das sind das hier legosteine das eisen ist doch kein eisen also nicht gelb ja okay das ja very geil leute sind im late game geil wir haben eisen ich bin reich reich leute ist reich geil geil wo ist kohle habe ich kohle ganz viel mittlerweile nö problem ist wir sind jetzt tief beziehungsweise kommen da jetzt wieder hoch scheiße mach einen ofen okay ja ganz ruhig wir müssen eben kurz gucken dass wir so eine treppe bauen bei dem ofen machst du erstmal okay bei ofen macht leute ich bin profi mittlerweile ich mache das ich weiß wie es geht ofen die tür stellen wir hier hin wir brauchen türen kann ja sein dass wir wollen ungestört bleiben doppelte sicherheit ist doppelte sicherheit so hier werden nämlich das ist quasi fifth area 52 hier werden nämlich dinge gemacht die darf nicht an die menschheit kommen das ei das esse ich jetzt das ei hier wird nichts verschwendet hä okay so viel dazu nen ofen hier haben wir uhren waffen klötzer ferneis steine geil zack guck mal da habe ich den schon ein bisschen eng hier aber das ist okay so und damit machen wir jetzt wahrscheinlich eisen ich sag mal einfach das so wahrscheinlich brauchen wir kohle ich schwöre wir brauchen kohle oder brauchen wir kohle wir brauchen kohle lol hier ist das interessant was passiert läuft das jetzt voll ertrink jetzt gleich skipper wie kann man denn so wie kann man denn so skipper du musst es mal ein bisschen hier genießen und nicht wie kann man denn so wie kann man denn so wir stecken da jetzt wieder sand rein so wie kann man denn so 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 nimm mal bitte die fackel in die linke hand was für linke haben so meinst du oder kann man zwei ende das ja die rechte zack kohle ok kohle wo findet man kohle das hier sind steine das sind noch mehr steine da ist erde das heißt wir müssen jetzt einfach kohle suchen drück f das ist ja heftig in die linke hand habt ihr gesagt das heißt so das ist ja heftig jetzt kann ich nämlich hier die ganze zeit BÄM Erde habe ich keinen bock drauf dann gehen wir hier um die ecke denken hat man mal gesagt ab wann stellt ihr meine fackel wenn es zu dunkel wird so BÄM Ja müssen wir jetzt ach bau dich runter ok wir bauen uns runter tiefer ihr wollt es tiefer leute Ihr wollt es tiefer Grabe gerade unten leute da komme ich doch nie wieder raus wenn ich Wenn ich gerade nach unten grabe Wie stellt ihr euch das vor? Kannst du dich da hoch bauen ja aber dann muss ich ja ich kann mich auch direkt so quer herunter bauen oder nicht Seht ihr das anders? Hier guck mal ich habe hier ähm das ist das was ich schon die ganze Zeit finde Ich bin ich bin ähm ne Tobe Crafter, Wifetaker, LP das klappt schon alles leute macht man euch hier nicht so ein bisschen Na ich weiß schon wie das Spiel funktioniert Na ich weiß schon wie das Spiel funktioniert Na ich weiß schon wie das Spiel funktioniert BÄM Wir haben hier nur noch eine Fackel sehe ich das richtig? Ich glaube wir müssen eigentlich Holz hacken oder? BÄM Okay letzte Fackel Leute sollen wir gleich Holz sammeln? Was ist der Plan? The Plan of Alabama Da ist Kohle Wo ist Kohle? Kohle 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 Oh da ist Kohle stimmt da oben Wow das ist ja voll fancy hier Kohle geil danke 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 Kohle wir haben Kohle gefunden Leute Kohle Es ist ein schönes Gefühl Leute Wir schwimmen in Kohle Kohle Holt die Kohle raus Wir sind reich Wir sind reich So mach Kisten Ja wir könnten Tiefer tiefer Bau dir ne Kiste Ja wir könnten uns ne Kiste bauen Aber Ähm Ok warte ich bin Ich bin ich weiß wie man Kisten baut Aus Dreck Kappa Vielleicht können wir aus Dreck auch was bauen Ne schade Ähm Ja ich hab wie soll ich ne Kiste Kann man ne Steinkiste bauen? Und das muss ich glaub ich auch im Crafting Table bauen oder? Ich hab halt kein Holz ist das Problem Versteht ihr was ich meine? Ich habe kein Holz Ich hab keine fucking Leute Ich glaub wir müssen mal eben erstmal Wir wollen ja auch was sehen oder? Wo sind meine Türen? Hab ich das nicht alles gebaut? Oder bin ich Hä? Oder muss ich noch höher? Ich glaub ich muss höher oder? Wo ist meine Wo ist meine Sache? Wie tief hab ich denn schon gegraben Leute? Ich bin ja der Dieplord Grabing Ah ja hier oben war das Daran erinnere ich mich Da Ok Das heißt wir craften jetzt Fackeln Geht es hier oder geht es hier nicht? Hier geht es nicht ne? Bam 16 Fackeln Ist aber nicht viel Ne 64 Ok Ne Ok ich nehm alles zurück Wir haben Fackeln Ähm jetzt müssen wir das so machen Wie war das noch mit Ne Wie war das noch Leute? In die rechte Hand nehmen Mit B Y Irgendwie F Sehr gut ok Was Was ist der nächste Plan? Bau dich nach oben Ja was denn jetzt? Du hast jetzt aber keine Kohle mehr für den Ofen Das stimmt Das ist tatsächlich richtig Das heißt wir müssen wieder graben hätte ich gesagt Sehe ich richtig oder? Ja wir können ja mal Vielleicht finden wir ja nochmal im Kohle Ich glaub mein Gott macht man auch nicht Das macht es nicht mehr Sinn wenn wir auch so ein bisschen so Na wenn man nur Das könnte ja auch hier links und rechts nebenbei noch was sein Holz und Essen und dann wieder ne Höhle Ich mir irgendwie geht mein Essen gar nicht runter Also eigentlich geht es doch klar oder? Das einzige was du musst ist tiefer Leute wir müssen tiefer Ihr wollt eh dass ich sterbe Ich weiß dass ihr wollt dass ich sterbe aber ich bin ja nicht dumm Ich bin nämlich Battlecaster Tobi Problem ist ja jetzt ich glaub jetzt müssen wir wirklich hoch Weil ich hab keine Spielzeuge mehr oder? Ok ähm ja dann scheiße Es hilft nichts und wir brauchen ne Kiste Baumwirt baut man denn ein Haus oberhalb oder soll man sowas unterhalb bauen? Sollen wir das jetzt hier mitnehmen? Wir nehmen das jetzt mit Das dauert ja ewig what the fuck Ist das richtig so? Ich mein der baut sich eh noch Steine Ich hab ja eh 20.000 Steine Ich könnte aber jederzeit einbauen Ach der Ofen ist jetzt wahrscheinlich kaputt Ist das richtig? Aber selbst wenn dann wäre es nicht schlimm Weil Ofen Leute ist free to play Ok wir müssen Ja das ist jetzt ein bisschen schwierig So Na jetzt hoffen wir einfach mal dass wir hier halbwegs hochkommen In unserer Putze Oh scheiße Nein Ich wollte ne Fackel stellen Wir müssen irgendwas Wir bauen mit dem Crafting Tape Mit dem Holzsteckern hier bauen Das sieht wenigstens lustig aus Da ist ein guter Plan Ja ich kann vielleicht nen Block unter mich bauen wenn ich springe Aber dann ich muss ja Das ist doch meine Ausgrabungsstätte oder? Gehen wir nicht immer wieder in diese Höhle rein und graben immer tiefer Das ist doch der Plan oder sehe ich das verkehrt? Nice Ähm Ok ich glaube das war schlecht Ja gut dann machen wir mal ein bisschen Sonntagsreinigung und lassen uns ein bisschen Ah scheiße ich komm jetzt hier raus Oh man Ah Licht Licht Ah Du gehst ja noch einmal hin echt? Warum nicht nochmal? Ich dachte wir graben da immer wieder Das sieht doch cool aus hier Das ist doch meine Base Leute Meine Hood Bäm Jetzt craften wir Wir können ja auch Steinachse Ist das Habe ich das richtig Ne wir haben Eisen Ne haben wir nicht Wir brauchen Holz Wir brauchen ne Kiste Wir brauchen ne Kiste Da Chest Holzchest Jetzt hacken wir kurz ein bisschen Holz Hier ein bisschen Birke Bapp 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 Das ist jetzt bestimmt anderes Holz hier oder? Ne Jetzt hab ich nämlich Birke Das kann ich jetzt auch wieder nicht einsammeln Ja die Blätter weg damit So Wir snacken mal eben das Stück Fleisch hier Bamm 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 Das weiß ich. Wir bauen nur in Dunkelheit. Ja, es ist ja dunkel. Sucht doch ein Ort und bau ein Häuschen. Ja, wir wollen doch hier... Häuschen bauen ist doch so langweilig. Wir wollen doch erstmal was entdecken, oder? Wir wollen doch jetzt nicht direkt irgendwas bauen. Wir machen jetzt erstmal... Wo ist mein Crafting-Teil? Da. Wir craften jetzt erstmal... Ähm, Kohle. Wo... Das ist jetzt die... Block of Coal. So. Äh, Oven. Oven, Oven. Smoker? Smoker? Smoker was von uns. Furnace. Furnace? War das nicht hier drin? War das nicht hier drin? War doch hier drin, oder? So. Jetzt brauchen wir den Furnace hierhin. Darin machen wir jetzt... Kohle. Indem wir so machen. Und so wahrscheinlich. Ähm, das ist ja wie... Äh, wie... Ähm... Ja, wie nennt sich das? Ähm... Factorio. Schön. Braucht er immer? Der macht jetzt... Ach, der macht immer eins weg. Bitte geh erst schlafen. Weil es dunkle ist und ich sterbe und ihr keinem Vertrauen in mich habt. und den zweiten habe ich auch überlegt weil es dunkel ist und ich sterbe und ihr keinen vertrauen in mich habt so guck mal jetzt ich werde schnell hier ich werde very 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 ich habe schon wieder diese blumen im inventar nein irgendwas macht die geräusche alter erschreckt mich nicht dafür musst du sterben das dafür musst du sterben wirklich gib mir dein fleisch ich will dich essen hier kommen wir haben alle ohne witz dieser packte blume so darin machen wir jetzt das funktioniert wahrscheinlich so wir nehmen dieses gold oben und kohle netten direkt hier da ist eine fackel dran um die wichtigkeit zu highlighten nehmen das nehmen das hier perfekt okay sehr gut das sieht das schon aus die faktor jetzt wollen wir noch ein paar fließbänder vergreif aber dann sind wir ganz gut dabei so jetzt noch das fleisch hier rein aber da muss ich jetzt auch kohle rein machen ist es euer ernst ja komplett gg ich hoffe der verbraucht da nicht so viel von mach holz zu bretter haben wir kommen zu viel breite für ein holz und ein breit genau so lang ich habe nichts verstanden also doch ihr habt schon verstanden aber bau dir mein haus leute ihr seid was für holz also was für haus wollt ihr nicht ist nicht minecraft zu entdecken und so ein cool und so das ist doch leute das ist die wildnis wir leben in der wildnis es ist nicht es ist nicht so ein anderes gefühl so ein bisschen so ein gefühl der freiheit leute wir brauchen mehr eisen aber kommt man pass auf weiter geht's wir haben jetzt eisen wir brauchen erstmal eine kiste sollen wir die erst ja okay wir wollen eine kiste kiste chest wo waren kiste 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 ist das hier wahrscheinlich ist es einfach eine kiste die wir brauchen vieles für sie eher zu machen machen kleidon bleibt da macht noch schuhe kann man schuhe bauen wirklich im tbl hier kiste hat da dieser er macht er unten hör auf leben zu machen und kriegst gleich deine packung kein holz keine kiste okay das ist ein argument kein holz keine kiste Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier kurz zu. Da kommen wieder ganz fanzige Geräusche irgendwie. Das gefällt mir nicht. Aber ich glaube, ich bin safe, oder? Dieses Singleplay, ja, gerade schon. Weil ich zu gut bin und sonst alle anderen kaputt gehen würden. Kein Holz, keine Kiste. Irgendwas mutt mir hier schon wieder an. Hier, du. Alter, man kann ja voll schnell angreifen. Habt ihr das gesehen, wie schnell ich angegriffen habe? Ich finde, mein Haus ist auch gut, oder nicht? Ich finde mein Haus toll hier. Mit Wasser, mit Fischen. Weiter im Text. Leute, wir brauchen erstmal eine Kiste jetzt. Kiste. Kann ich die hier raus? Direkt. Kiste geht ganz einfach. So. Okay, ich glaube, ich muss erst anders machen. Diese Dinger. Oak Planks brauche ich, glaube ich, erst. Wo ist die? Im Table. Ich bin doch hier im Table. Hier ist kein... Wenn ich den Chest eingebe, komm. Ah, komm, den Chest. So. Bam. Sehr gut. So, erstmal. Hier ist meine Town. Deswegen... Ach. Ich brauche jetzt unbedingt diese Kiste. Bitte. Werk mit diesem Stein. Chest. Einmal noch. Jetzt haben wir es. So. So. Chest. Wo setzen wir die Chest hin? Hier. Da hinten. Zack. Dann. Alles. liquid. Haben. Sie. Untertitelung des ZDF, 2020